Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich habe mich jetzt auf jeden Fall mal zu der Stelle da hinten bewegt, was da los war. Und da war jetzt anscheinend die Höhle und da waren Zombie-Spawner. Ich habe da sogar noch mal ein Tier erst gefunden und ein bisschen was gestorben. Das wollte ich jetzt einfach mal darüber tun. Aber naja, auf jeden Fall, da habe ich jetzt keine Ahnung, was da jetzt anscheinend sein sollte. Ich habe da jetzt auf jeden Fall was ausgerichtet. Ich glaube, da drüben ist ein wunderbarer Chunkfehler. Wie sie, oi oi oi. Ja, doppelte Erze ist nicht schlecht. Also doppelte Erzverarbeitung. Gut, die haue ich jetzt aber nur ganz kurz. Ich schmeiße mal hier schnell. Boah, habe ich nicht gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre jetzt wieder gewesen. Aber zum Glück nicht. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall machen, wir nehmen uns noch mal ein bisschen Hardenet. Energy Conduit. Bauen noch mal eine Chest. Bauen dann noch mal eine Chest. Da bin ich nicht geizig, da wollte ich sogar eine Dia-Chess machen. Aber noch genug Dia-Chess. Alter, schon 2000 Eisen. Und wenn ich jetzt schon wieder so ein Tweet höre, äh, in den Kommentaren sehe, der dann schreibt, Oh, 2000 Eisen, wie putzig. Mhm. Ja, ich kriege noch irgendwas, was ihr nicht habt. Das schaffe ich noch. Das ist jetzt unsere neue Fede. Aber gut. Aber gut, äh, das soll ich jetzt nicht belasten. Was ich auf jeden Fall brauche. Wir brauchen eine Verbindung zum Bedrock. Check. Laser Drill. Boah, ist das gerade krass am Leggen gewesen. Auf jeden Fall. Check. Laser Drill Precharger. Check. Ach, hier hatte ich auch noch was. Stimmt ja. Das mache ich dann einmal so. Jetzt sollten die sich mit Energie betanken. Und hier sollte... Wenn wir dann jetzt hier eine Dia-Chess draufstellen, sollte der uns... Irgendwann er zu generieren. Wieso macht er das jetzt nicht? Da fehlt jetzt hier auch noch eins. Das muss ich jetzt gar nicht verstehen, oder? Hier wollen wir fahren. Ich gehe mal ganz schnell hier runter. Das darf nicht wahr sein. Das weiß ich, was ich mir gerade ganz schnell mache. Das hat keiner gesehen. Alter, das ist auch hier ein Kabelkanal. Äh, wo komme ich hier nochmal rauf? Okay, da ist ja... Ah, hier. Hat keiner mitbekommen, ne? Okay. Ich gebe es jetzt so. Blablabla. Ähm, auf jeden Fall. Weil ich das jetzt einmal mache... Ich hau hier wieder die... Da habe ich den Laser Drugs drauf. Den Laser Drugs drauf. Den Laser Drugs, da bin ich wenigstens zu ehrlich. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da hätte ich vorher die Precharger wegbauen müssen. Ja, dann machen wir es dann. Weil ich schnell einen neuen. Habe ich ein bisschen Ressourcen verschwendet. Kann man nichts machen. Okay. Einen neuen Laser Drugs. Neuer Glowstone Illuminator Frame. Eins, zwei. Ja. Frame. Dann nochmal was Glowstone. Da sollten nur acht Stück reichen. So. Ich werde auch mal schauen, dass ich morgen dann den nächsten Teil von Deponia aufnehme. Für euch dürfte das dann irgendwie heute sein. Und da wollte ich mal schauen, dass ich dann einen Kumpel dabei habe. Der hat ja ein Interesse gezeigt. Guck mal. Komm so an. Ach du Dumme. Ich weiß ja, du bist einer der besten Netflyer in dieser Welt. Dass du noch keine 1 Milliarden Abos hast. Das wundert mich ja immer noch so krass. Wie schaffe ich das eigentlich immer wieder so zu reden, dass ich mir später selbst hinterher die Fresse schlagen möchte. Das ist echt ein Wunder. Schafft ihr das auch? Bleibt doch mal in die Kommentare. Oh Gott, da habe ich einen an der Waffel. Auf jeden Fall. Ein Kumpel von mir wird da mit dabei sein. Das wird dem sein, glaube ich dem sein, erstes Let's Play offiziell sein, wo der dabei ist. Und jetzt habe ich hier keine Plastik-Cheese mehr. Damisch. Dann fällt schon mal ganz schnell ein hiervon. Ja, guten Tag. Darf ich euch mal fällen? Nein, du wirst ja bestimmt schlafen liegen. Das müssen wir eigentlich auch nochmal automatisieren lassen. Ich weiß, ich bin davon schon seit Ewigkeiten am reden, aber wir schaffen das doch. Oh Mann, ich habe da Vertrauen in mich. Vertraut mir doch auch einmal Leute. Die sind fertig. Ich kann nicht verstehen, dass die fertig sind mit der Welt. So wie sie momentan ist. Gut. Dann können wir das hier reinschmeichen. So. Ja, ein Energetic Infusor ist ja sehr gut benutzt, muss man sagen. Eins noch. Äh, jetzt eins noch. Ich bin echt wieder zu schnell, oder? Sehr schön. Jawoll, das haben wir. Dann einmal den Laserdrill anschließen. Jetzt sollte da auch was ankommen. Okay. So. Jetzt sind wir ja. Hier kommt jetzt langsam die Work. Wenn er 300 Work hat. Ihr seht, das kommt langsam. Au, 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 au. Ja, jetzt kommt. auf jeden fall energie kommt hier langsam an der zeta energie kann der schon gar nicht aufnehmen vom kabel geht halt wirklich über die feature und wenn er dann bei 300 work ist bekommen wir ein herz random aus generiert. oh der tank ist leer. wie sieht das hier mit dem pink slime aus. da kann auch noch was verlaufen ich bin nur noch im überlegen was ich jetzt in die monsterfalle reinhauen sollte. das ist verschwendeter platz. wie sieht das hier aus ich glaube langsam habe ich genug walking princess. also ich wusste nicht wie ich darauf komme aber wo ich halt vom thema wien spreche wird. mal den slime da draußen klatschen hallo slime hallo hallo. alter der hat zwei schleife ausgelten. irgendwann mache ich dann mal im live stream der farm session im nether. einfach mal so ein bisschen was wie heißen die teile? wizards geäte farm. so ich denke jetzt sind wir gerade schlafen ok und dann wie sieht das aus. von 9 minuten war jetzt nichts geschafft. ich wollte mal schauen. hier haben wir jetzt ein ach das ist ja lime tree. gut gut. die ist noch nicht fertig. die ist fertig oder die zu meckern. keine blumen. das sollte eigentlich irgendwann abhilfe schaffen. aber ok. so wie war das jetzt? eine robust tor und eine imperial princess und wir haben eine resilient queen. so und ich wüsste eigentlich mal gerade ganz dringend pinkeln. das sollte ich euch nicht erzählen. aber na gut. so über die resident princess kommen wir dann zur lapis queen. na water drone. die lapis queen können wir dann zur diamond queen machen. und die macht uns dann hier schön zu 1% diamond krumms. das werden wir auf jeden fall aber mal ein bisschen hoch pushen. und wie? das zeige ich euch demnächst mal. so ich könnte eigentlich mal schauen was wir noch für bienen machen können. tricky. was kann die. oh 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 oh. so ja oh. kann man ja mal machen. ne. alter. eine biene die eine biene die cookies produziert. ich glaube ich voll kompferd die oven und kommt kommt auch ja okay maridrone hat man doch schon geguckt ja leperin die kommt mir auch ziemlich bekannt ja das war die die eier macht also zähl ich komms skelette ich weiß aber noch nicht was ich machen soll das kann man auch aus der dillian machen ancient, frigid, ocean, growing, blooming verseelt, terry coal brains, coal dust, tachom, creosote, aritrone, desolate, das gibt's denn hier nichts ordentliches unstable radioactive uranium oranium quatscht oranium boah wollen wir das denn an oder nuclear austral krugel ich glaube das könnte das nächste großprojekt werden darauf hatte ich mal bock auf eine radioaktive biene ja komm leute wir spritzen ja auch schon täglich uran in die biene rein die haben außer ihrer ladung uran bekommen ja und dann können die uns mal ein bisschen uran wieder geben leute also dann verstehe ich jetzt nicht dass ihr da alle am rumzicken seid oh das sind aber nur alle lebewesen die haben auch ein neben die lebewesen ja und die können auch mal für uns arbeiten kriegen von uns alle so ne arsche schoben fragt mich nicht wieso aber irgendwie habe ich ein Gefühl dass ich im Gärtner jetzt so ne auch gut deutsch so ne hitler prednis angefangen hab sooo wie sieht das jetzt da aus ich bin echt teilweise wieder ungeduldig und planlos was ist auch 135 wie sieht das hier aus ein Pitanodesklob ja es ist aufgebaut ach wir brauchen aber echt mehr Zeppeln das darf wirklich wahr sein ja hier kommt auch schon wieder gut zeug rein Mal zeigen, das war eine super Idee mit dem Aufbau hier. Da ist Oran, da ist komplett leer. Wow, du Würse erstmal nachgefüllt. Ne, nicht ein Nesserplatz. Ich glaube, was ich auch irgendwann mal machen werde in einem Lifeteam, ich werde mir einfach mal den Hammer craften, also den Dinkelskonstrukt Hammer, und dann einfach in die Erde graben, Silksatz drauf, Robustheit und so weiter, also Speed und Durability und dann durchknüppeln. Was ich jetzt aber mal machen möchte, ich muss mal gucken, ob da der Baum, ob da irgendwie eine Züchter ist mittlerweile. Nope, nope. Ja, natürlich, die Äpfel auch da drüben. Und das Mäderling. Ich fälle mal den Baum hier auf und hoffe, dass wir da mal ein paar Elementen rausbekommen, wenn das hier Simt, die ich denke. 11 Zepplings haben wir ja. Drei Stück, okay. So, das mache ich und das mache ich mal weg. Da kann ich da drüben auch mal ein paar Blümchen hinsetzen. Obwohl die sind eigentlich auch noch genug Blümchen. Ja, weil die hier an dem Platz vorhaben, das erfahrt ihr noch früh genug. Da kommt einer hin, da und da. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Ach, das ist nicht nah genug, dann hier bitteschön. Na, was jetzt? Wird doch nicht. Auf jeden Fall, weil wir noch nicht haben. Wir könnten mal hier die Bienenwaben ein bisschen verarbeiten. Und dafür brauchen wir eine Centrifuge. Ich könnte auch eigentlich irgendwann mal mit Industrial Craft weitermachen. Aber zuerst würde ich hier das... So, ich weiß noch nicht. Aber irgendwie nicht so wirklich losgehen auf Industrial Craft. Es sei denn, ihr wollt unbedingt Industrial Craft. Aber, naja. Könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass einer dieser Mods, die einfach so... tot gemacht werden. Also so tot gespielt. Wow, da hört man grad bei mir im Hintergrund, hört man schön die Fireware fahren. Ich hab nichts gemacht, Leute. Ich hot nicht. So, der hat sich aufgeladen. Können wir ja mal hier die ganzen Honigfarben nehmen. Gripping kommt. So, die Honigfarben werden jetzt hier drin verarbeitet. Die werden aufgebröselt und wir bekommen Honeydure raus. Und so weiter und so und so. So, den Zappen geier ich mir noch. Dann ziehe ich mir hier einen wieder hin. Ah, da hat er noch was. Ne, ich glaube ich hab den Blinken gemacht. Gut, gut. Ähm, ja, die Arbeit ist auch. Hier auch alles okay. Jetzt haben wir ja schon Honeydrop rausbekommen. Ich lass mal hier einfach mal durchlaufen lassen. Lass mal nochmal ein bisschen nachfüllen. Gut, dann pflanzen wir nochmal so generell ein paar Blümchen hier. Wildflower, ja. Orange Kosmos. Einmal doch. Soweit ich mal machen wollte, wollt ihr mal so ein paar Lemon Supplings hinsetzen. Und die dann mal ein bisschen hochpusten mit Bone Meal. Mal schauen, was da alles so rauskommt. Äh, rauskommen dann die Mitten. Und das interessiert mich jetzt echt mal. Aber ich glaube, dann mach ich das einfach in der nächsten Folge. Ich schaue da nicht so richtig tief. Oder so. Ich schaue mal ganz kurz nach beim... Laserdrill, ob da jetzt schon erst da ist. Wenn nicht, dann mach ich mal ganz schnell Dark Metal Bone Meal. Jetzt ist schon was da. Ein Lowstone. Gut. Lowstone. Ja, kann mal was mitmachen. Das kannst du halt später so hochpusten, dass hier diese Energieanzeigen instant voll sind. Aber naja, das ist einfach nur so nebenbei, wenn du da auch so andere Ärzte halt wie Glowstones und so weiter bekommst. Soll jetzt nicht unsere Hauptärztversorgung werden. Gut, ich verarbeite das hier jetzt mal an Ärzten. Und ich würde sagen, das war dann doch schon für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen habt, gebt einem Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik? Alles in die Kommentare! Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächsten Mal wieder. Wenn es euch wieder reicht, Let's replay minecraft Techworld 2. Wie mit mir yor건 Das. Bis dahin. Tschüss garmin 807